Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Challenge Run, meine Freunde. Ich bin Vito und an der Stelle wollte ich einmal Fail Brothers bedanken für diese wundervolle Challenge. Ich mache so ein Video zum ersten Mal, also falls euch etwas Positives oder Negatives auffällt, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Ja, mein größtes Problem war eigentlich, dass ich Dark Souls 2 schon sehr lange nicht mehr gespielt habe. Dabei wusste ich bestimmte Spots von Objekten oder bestimmte Mechanics nicht mehr. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich werde jetzt so ein bisschen erklären, wie ich was gemacht habe, also das Video ist auf jeden Fall nachvertont. Ich habe es auch gut geschnitten hoffentlich. Ich werde immer wieder so sagen, warum habe ich das gemacht, was war meine Intention dahinter. Und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem Video. Bei der Charakterauswahl habe ich mir längere Zeit Gedanken gemacht und im Endeffekt habe ich mich für den Bettler entschieden. Weil, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich ein bisschen überschätzt. Und ich dachte mir so, okay, startest du doch einfach mal mit gar nichts, damit die Challenge auch wirklich eine Challenge ist. Dann als Gabe hatte ich auch lange überlegt gehabt, was ich denn eigentlich als Gabe nehmen möchte. Und ich habe mich im Endeffekt für die Heilstoffe entschieden, da ich mir dachte, dass die am sinnvollsten für uns sind, da wir uns wahrscheinlich sehr, sehr, sehr oft heilen müssen. Nach der Charakterherstellung sind wir natürlich sofort nach oben gegangen zur ersten Kiste und haben uns da ein Menschenbild gegönnt. Danach ging es zum ersten Leuchtfeuer. Das Tutorialgebiet haben wir natürlich geskippt und sind direkt nach Majula gegangen. In Majula natürlich dann auch, wenn man das Leuchtfeuer einfacht. Dann sind wir direkt zur Feuerhüterin gerannt, sie einmal kurz angesprochen und haben uns von ihr die Estus geben lassen. Jetzt noch alle Objekte abgefarmt, die ich so in Majula gefunden habe. Und da haben wir auch schon das erste Estusfragment. Danach haben wir uns natürlich direkt aufgemacht. Diese Tür ist gefühlt die langsamste Tür in ganz Dark Souls 2. Dann haben wir uns hier von der Burg gefallen lassen, haben uns hier einmal das Menschenbild gegönnt. Dann habe ich ein bisschen springen geübt, weil ich den Sprung nicht verkacken wollte. Und da liegt ja schon ein Heimkehrknochen. Da musste ich mich relativ schnell um meine erste Waffe kümmern, da wir ja wirklich gar nichts hatten. Und ja, da wollten dann plötzlich alle auf einmal auf uns drauf. Erstmal ist dritte Leuchtfeuer angezündet, damit wir keinen so weiten Weg haben, wenn wir unterwegs sterben. Schön die Tür öffnen, zur ersten Händlerin und das Leuchtfeuer aktivieren. Wie ihr seht, sind wir zu dem Zeitpunkt auch schon gestorben und haben auch schon unsere erste Waffe gekriegt. Nach dem ersten Kampf sind wir dann auch direkt eine Etage höher gegangen, wo es so ein, zwei Sachen zu looten gab. Und auch direkt den ersten Crystal Lizard, den ich leider verpasst habe. Eine Handachst, die werden wir auch relativ lange noch nutzen. Und einen Höhlensoldatenhelm. Gab es for free nochmal dazu. So, dann erstmal schnell das erste Equip ausgerüstet, damit wir hier nicht immer nackt rumlaufen müssen. Und ein bisschen mehr Defend. Natürlich rüsten wir auch direkt. Die Handachst aus. Können wir leider nur zweihändig führen, aber... Die macht auf jeden Fall deutlich mehr Schaden, als das kaputte Schwert davor. Schnell mit der Händlerin reden. Und ich wollte dann natürlich den... Das Shortcut... Den Shortcut-Skip machen, so gesehen. Oder diesen Shortcut-Trick wollte ich machen. Mit einer Feuerbombe direkt neben die Wand stellen. Die Feuerbombe werfen und... Theoretisch müssten dann dahinter die Fässer kaputt gehen. Und der zweite Sprung im Spiel einfach mal direkt verkackt. Einmal die Kugel passieren lassen. Dann einmal hier diesen... Ja, den Karten-Nerd einmal ansprechen. Und uns den... Und uns den Haus-Schlüssel... Oder den Villa-Schlüssel geben lassen. So, dann machen wir den Skip. Damit wir den Shortcut freischalten können. Laufen einmal rum. Den zweiten Shortcut von dem Gebiet. Auch öffnen. Feuerpfeile. Und dann ging's zum ersten Boss. Den Gegner habe ich komplett vergessen, dass der da ist. Und hab natürlich erstmal direkt von ihm schön aus dem Auge gekriegt. Dann ging's zum ersten Boss. Zum letzten Riesen. Ich muss ehrlich sagen, also die... Hitbox seiner Tritte... Hat mir ein bisschen zu schaffen gemacht. Vor allem, weil die Axt relativ einen langen Schwung hat. Und wenn man... Einmal, sag ich mal, zu viel schwingt... Und er in dieser Schwing-Animation noch drin ist, Während der Riese seinen Fuß anhebt... Dann hat man quasi schon verloren. Da ich ja eher mit schnellen Waffen kämpfe, Musste ich mich erstmal an die Axt gewöhnen. Da sieht man das wieder richtig schön. In der Schwung-Animation. Und die Hitbox trifft und trifft. Beim zweiten Versuch dann... Habe ich ihn Gott sei Dank gelegt gekriegt. Mal gucken, sich einfach an. Machines wird sich nicht leicht. Mal gucken, sich einfach an. Hier kommt mir ein Geräusch. Dann gehen wir ein Geräusch. Das Geräusch. Ich bin der Geräusch. Da sieht eine Geräusch. casse ich... Das war's. Gut, da haben wir ihn gelegt. Ein Träumchen. Jetzt zeige ich euch sogar noch, dass wir den noch Level 1 gemacht haben und werden natürlich auch richtig schön von dem Enemy, den ich davor nicht bezwungen habe. Ein bisschen abgefuckt, aber das soll uns nicht weiter stören. Ich hatte auch nach jedem Kampf einmal dann das Spielerinventar da aufgerufen, aber wie das heißt, diese Info, um das einmal zu zeigen, dass ich den auch auf Level 1 gemacht habe. Danach kaufen wir uns den Schlüssel vom Schmied. Sehr wichtig. Und ein paar Lebenssteine. Überlebenswichtig auf jeden Fall. Wir quatschen ein bisschen mit der Händlerin, weil wir haben jetzt, ich meine, das waren 10.000 ausgegeben. Und wenn man 10.000 bei der Händlerin abgibt, dann kriegt man von ihr den silbernen Schlangenring plus 1, der natürlich dafür da ist, um mehr Seelen von Gegnern zu bekommen. Gut und richtig und sehr wichtig. Und das Schöne ist, diesen guten Ring kriegt man auch relativ flott. Dann geht's auch schon direkt zum nächsten Boss, zum Verfolger. Der Verfolger ist halt ein sehr einfacher Boss, wenn man weiß, wie es geht. Und zwar muss man abwarten, seinen ersten Angriff, dodgen und einfach hier hinrennen, das Ding aktivieren, diese Ballistade oder wie das Ding heißt, Balliste und die aktivieren. Wenn man das richtig timet, ist der mit zwei Hits bezwungen. Allerdings sind direkt hinter dieser Balliste Nachrichten. Und wenn man sich hinter die Balliste stellt, kann es auch mal sein, dass man diese Nachrichten aktiviert. Und das hat mich übelst abgefuckt. Dann hat er die Balliste auch noch verbrucht geschlagen, der Verfolger. Und somit war der Kampf einfach unnötig nervig. Und ja, da habe ich mich dann einmal besiegen lassen, weil ich da echt einfach gar keinen Bock hatte. Ich hatte es hier nochmal versucht mit der zweiten, aber da stand er nicht richtig. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, scheiß drauf, lasst ihn einfach bitten. Und beim zweiten Mal habe ich ihn dann auch so gekillt gekriegt, wie ich es wollte. Da habe ich jetzt wohl vergessen zu zeigen, dass er auf Level 1 war, aber ich hoffe mal, ihr glaubt mir, dass ich das auf Level 1 geschafft habe. Und jetzt, hoffentlich, das Dragon Lake Rüstungsset und das Dragon Lake Schwert gegönnt. Danach haben wir uns ganz im Dark Souls 1 Stil von einem riesigen Raben ins nächste Gebiet tragen lassen. Wundervoll. Die verlorene Festung. Erstmal schön geil Loot, ein Menschenbild, zwei Menschenbild. Eine Matze Glut. Leuchtfeuer entfachen. Einen schimmernden Lebensstein und eine große Titanitscherbe einsacken. In der nächsten Kiste haben wir dann einen uralten Schlüssel. Und natürlich den Lieblings-NPC von allen, Luka Thiel. Oben haben wir noch eine große Titanitscherbe. Dann sprengen wir uns zum nächsten Leuchtfeuer und werden dabei natürlich auch betötet. So soll es sein. Aktivieren das Leuchtfeuer. Klauen dem Schmied sein Hab und Gut. Quatschen ihn kurz an. Geben ihm die Glut. Und kaufen uns zwei große Titanitscherben. Danach geht es nach Majula. Wir öffnen die Tür. Wir öffnen dem Schmied seine Tür. Looten die Kiste. Setzen uns kurz ans Leuchtfeuer. Machen, äh... Schließen die Villa auf. Holen uns einen Pharaon-Wahrheitsverkünder. Holen uns die nächste Estos-Scherbe. Und gönnen uns ein schönes Seelengefäß. Oben im ersten Stock holen wir uns nochmal schön drei Titanitscherben und drei Fackeln. Und quatschen einmal den Schmied an. Beim Schmied wollte ich mir dann eine neue, bessere Waffe holen. Eine angenehmere Waffe als die Axt. Da hatte ich mir dann einmal von allen so die Stats angeguckt und wie die skalieren. Und ja, ich hatte kurz den Degen überlegt gehabt. Aber den Degen kann man ja also geschick. Bleibt ja einhändig wie zweihändig gleich. Aber Stärke können wir natürlich, wenn wir es beidhändig tragen, wird es doppelt gezählt. Und ja, nach langer Überlegung habe ich mich dann für den Streitkolben entschieden. Weil Geschicklichkeit konnten wir den gut führen. Und ja, Stärke, wie gesagt, konnten wir halt beidhändig dann gut nutzen. Da habe ich natürlich auch dann direkt den Streitkolben erstmal schön bis zum Limit upgradeet. Bis Open End. Schön plus 6 Streitkolben. Geiler Scheiß. Ab in Heides Flammenturm. Da holen wir uns auch mal schön das erste Leuchtfeuer in dem Gebiet. Hier dieser Hebel, der hier hochkommt, ist ein No-Go. Weil der würde hier in dieser Boss-Arena die Boss-Arena einfach vergrößern. Und den Boss, den kann man richtig gut schießen. Beim ersten Versuch habe ich es halt udelsverkackt. Dann wollte ich einmal den Streitkolben an dem Boss ausprobieren, wie viel Schaden wir machen. Auf Level 1. Das sah schon mal echt gut aus, aber ich bin dann extra runtergesprungen, weil ich wollte diesen Skip euch einmal zeigen. Und zwar man zählt in die 5 Schritte, die er geht. Dann rollt man sich einmal weg. Ja, und er plumpst runter. Easy Kill. Ich glaube, hier hatte ich das auch vergessen gehabt, die Level zu zeigen, dass wir auf Level 1 sind. Oder? Ne, doch, hier zeige ich es sogar. Da, einmal Level 1. Als Beweis. Wir entzünden das nächste Leuchtfeuer. Wir packen uns den nächsten Ring ein, weil der erhöht erstmal körperliche Angriffe richtig gut. Aber schön, dass wir auch immer nur 4 Finger zur Verfügung haben. Wir öffnen die nächste Truhe. Wir bekommen da auch den Ring des Bindens. Ein richtig wichtiger Ring, der die... Wenn man zur Hülle wird, werden ein weniger TP abgezogen. Also es geht nur bis zu einem bestimmten Grad, dass zur Hülle werden durch diesen Ring. Gut, dann verstärken wir erstmal unsere Scherben, weil wir hatten ja jetzt wieder... Zwei Stück gefunden gehabt. Ne, eine. Eine hatten wir gefunden gehabt. Wir sprechen die Katze an. Und holen uns... ...den Silber Katzen Ring, ...um Fallschaden zu minimieren. Später noch sehr wichtig. Und jetzt, wo wir halt die Seelen gerade haben, why not? Ich meine, wir brauchen sie eh nicht zum Leveln. Dann können wir die auch gut investieren. Gut, erstmal alle 4 Finger, die wir zur Verfügung haben, ausnutzen. Dann wollte ich den Drachen unbedingt besiegen. Und hab hier erstmal Parrys geübt. Ohne Ende. Ich hab hier Parrys geübt, ich hab da Parrys geübt. Weil ich hab einfach gemerkt, dass diese weißen Ritter... ...auf Level 1... ...ohne zu parieren... ...schrecklich sind. Die haben mich so unnormal abgefuckt. Dass ich einfach das fast das komplette Gebiet gesäubert habe. Von diesen weißen Rittern. Also, dass sie nie wieder gespawnt sind. Dass sie nicht wieder gespawnt sind. Und hab bei jedem einfach Parrying geübt. Der hier mit seiner... ...mit seiner Lanze... ...hat mich am allermeisten abgefuckt. Weil den konnte ich nicht Parrying. Weil da kam mich dann einfach nicht so klar, dass der plötzlich eine Lanze hatte anstatt ein Schwert. Da musste ich dann viel Rollen, viel Geduld beweisen. Und hab ihn dann schlussendlich dann doch noch legen können. So, nachdem wir die weißen Ritter alle ausgerottet haben, mussten wir uns beeilen. Und relativ schnell zum Drachen rennen. Weil er sofort natürlich sein Feuer speit. Da muss man wirklich schnell sein. Weil, wenn man ein bisschen zu langsam ist, lässt er einen nicht mehr ran. Das ist dann... Da muss man den irgendwie mit Pfeil und Bogen machen. Und das ist mega nervig. Ich hab mich dann natürlich an die Beine dran gemacht. Und dann macht er halt noch diese Kick-Attacks. Man fragt mich nicht warum, aber ich hab relativ lange gebraucht, um zu verstehen, dass diese Kick-Attacks nach hinten einfach eine krasse Hitbox haben. Irgendwann hab ich's dann auch gereilt, dass ich nach vorne, von vorne die Beine angreifen muss. Damit ich einfach keinen Schaden bekomme. So, wir lassen die Zugburke runter. Lassen uns aber auch nicht von der Zugburke treffen. Wichtig und richtig. Dann zeige ich hier nochmal, dass wir immer auf Level 1 sind. Wir gönnen uns hier oben natürlich dann einmal einen Lebensstein. Öffnen wir die Truhe. Und siehe da, ein 5-Menschen-Bild. 5-Menschen-Bild. Wir gehen wieder zum Wald der gefallenen Riesen. Und holen uns für das Geld einen Duftzweig. Sehr wichtig. Sprechen nochmal mit ihr, weil wir müssen alles einmal hören, was sie gesagt hat, damit sie nach Majula reist. Das hatte ich vergessen gehabt, beim letzten Mal. Wir gehen ins Tutorial-Gebiet. Befreien hier diesen halb verhungerten, vollkommenen, erschöpften Gegner. Machen einmal einen richtig schönen Drop-Attack. Und das alles nur für die nächste ESO-Scherbe. Nachdem wir den Shortcut hier einmal nachdem wir hier einmal den Shortcut runtergelassen haben, easy kill. und der zweite gleich hinterher. Als nächstes wollte ich hier das Siegel aktivieren lassen, damit wir hier in das andere Gebiet reinkommen. Aber da muss ich feststellen, dass der NPC gar nicht da war. Weil wir gar nicht mit ihm zu Ende geredet hatten. Also einmal schnell zurück in den Heiß-Flammenturm. Und die Gute einmal ansprechen bis zum Ende. Und schnell wieder zurück. Gut, wir müssen den Pfad einmal für 2000 Seelen bei ihr freikaufen. Dann aktivieren wir das Leuchtfeuer beim Jägerhain. Dann lasse ich mich einmal von dem Typen hinter der Holztür schön schön erwischen. An den habe ich gar nicht mehr gedacht, dass der da ist. An den habe ich auch nicht mehr gedacht. So, endlich endlich haben wir das Leuchtfeuer erreicht. Das hat auch lange gedauert. Aber ich hatte die einfach nicht mehr im Kopf, dass die da sind, die Idioten. Gut, wir verstärken einmal unser Esus. So, und auf geht's wieder zum Jägerhain. Zum Boss. Müssen wir hier einmal die Brücke aktivieren. Warten, bis die Brücke unten ist. Jetzt gehen wir über die Brücke. Dann habe ich mich daran erinnert, dass hier ein Bonfire ist. Aber natürlich ist die Tür verschlossen. Wir gehen ein Stück weiter. Hier ist natürlich dann auch direkt der Schlüssel. Ein Bär hat das Sprung. Und schauen, sind wir beim Boss. Gut. Wir haben eine langsame Waffe und das sind einfach viele Gegner. Wir haben mal ganz guten Schaden gemacht, fand ich. Und das ist einfach nur eine Ausdauerfrage. Natürlich habe ich mich extra töten lassen. Natürlich. Damit ich hier nochmal die Tür öffnen kann. Damit ich mir den Schlüssel nicht umsonst geholt habe. Schön das Leuchtfeuer aktivieren. Und auf zum Boss. Ja, die Skelette waren halt relativ nervig, weil da wir Level 1 sind, haben sie schon guten Schaden gemacht. Also habe ich mir gedacht, erstmal die Nekromanten hier töten. dann hatte ich natürlich extrem Angst vor den Skelett-Wheels hier, vor den blöden rollenden Scheißdingern. Ja, weil die konnten einen auch ganz gut staggern. Nicht so wie in Dark Souls 1, aber sie sind natürlich trotzdem nervig und schnell. Und auf Level 1 machen sie auch ganz guten Schaden. Also habe ich versucht, erstmal die Räder zu töten nach den Nekromanten um danach ganz entspannt diese paar Skelette da zu killen, weil das war einfach nur zweimal draufhauen, zurückgehen, Abstand gewinnen, wieder zweimal draufhauen, zurückgehen, Abstand gewinnen. Wenn zu viele Hits, wenn sie uns zu oft getroffen haben, natürlich dann ein bisschen weiter wegrollen, ein bisschen heilen. Die waren so langsam und dann halt denselben Scheiß nochmal, ne? Draufhauen, wegrollen, heilen, draufhauen, wegrollen, heilen. Also sprich, wenn man die Nekromanten am Anfang relativ schnell gekillt gekriegt hat und die Räder auch relativ schnell weggehauen hat, war das mit einer der einfachsten Bossfights im ganzen Spiel. Gerippe-Fürstenseele. So, jetzt einmal noch als Beweis, Stufe 1. Dann Menschenbild. Da hatte ich kurz gedacht, was sich da was bewegt hatte, dass da noch einer gespawnt ist, warum auch immer. Aber die Angst war da. Gut, wir aktivieren die zweite Brücke. Warten, bis sie unten ist. Und rennen ins nächste Gebiet. So, schön ins Erntetal rein. Ein wundervolles Giftgebiet. Sehr schön. Im Erntetal angekommen, müssen wir natürlich erstmal mit der Tochter des Schmieds reden und sie überreden, dass sie mit nach Majula kommt, um uns Upgrade Materials zu verkaufen. Aber die Dame ist natürlich relativ einsichtig und nach ein paar netten Wörtern von uns sieht sie es dann ein und denkt sich so, ja, okay, ich höre mit meiner Weltreise auf und gehe zurück zu Bappi. Nachdem wir die Dame dann auch überredet hatten, geht es schön unten in dieses Furzsumpf und da gönnen wir uns dann natürlich diese beiden Titanitbrocken. wir wären eh vergiftet gewesen. Wir rennen beim nächsten Mal durch, gillen hier diese Pyromanten, Pyromantinnen, aktivieren den Hebel oder aktivieren die das Tor und auf zum nächsten Läuftfeuer. In der Mine gönnen wir uns natürlich hier erstmal die schönen Crystal Lizards. Erstmal einen. Dann direkt den zweiten und den dritten. Das wusste ich noch aus meinem ersten Dark Souls 2 Run. Den kriegst du nicht. Da musst du hinterher springen, da unten und das ist alles viel zu blöd. Gut, danach haben wir den Habsucht-Dämon gemacht. Der ist eigentlich relativ einfach. Wenn er einen natürlich hittet, ist es tödlich auf Level 1. Aber wenn man immer um ihn rumläuft und hinten ist, kann er einen halt nur so einen Schwanzschlag von ihm treffen oder gegebenenfalls die Hitbox, wenn er sich rollt. Aber alle anderen Angriffe gehen da ganz gut an einem vorbei. Er ist aber auch ein hübscher. Sieht ein bisschen aus wie so ein Nacktmull gepaart mit so einer Kaulquabbe, oder? Gut, Ausdauermanagement ist das A und O. Das war knapp. Das war knapp. Gut, easy. Jetzt kommt natürlich der schwere Teil. Jeder, der das Gebiet kennt, weiß, was ich meine. Erstmal schön das Leuchtfall aktivieren. Dann habe ich die etwas stärkeren Gegner einfach gegen die Giftfässer rennen lassen, beziehungsweise gegen die Giftfässer hauen lassen, damit einfach das Gift so, ja, ich habe das Gift einfach für uns arbeiten lassen, könnte man sagen. Und wenn die dann sich heilen wollten, gab es auf die Fresse. Dann das Leuchtfeuer aktivieren, das zweite Leuchtfeuer aktivieren mit der Fackel Einmal die die Mühle verbrennen. Dann den versteckten Pfad aktivieren über der Boss Area. Kurz einmal rasten. Dann sind wir einmal hier in diesen Raum etwas unterhalb von dem letzten Bonfire gegangen. Ein Raum voller Gift und einer Mimik. Und wenn man die Mimik aktiviert, relativ schnell durch den Gift durch die Gift Vasen abhaut, dann kommt die Mimik da nicht raus und stirbt langsam und qualvoll an einer akuten Vergiftung. Wonderful. Gut, was soll ich sagen. Jetzt kommt ein Boss der eigentlich relativ einfach ist und zwar die Medusa sag ich mal. Aber ich hatte so ein bisschen meine Probleme. Wir haben relativ gut Schaden gemacht, aber es gab einfach ein, zwei Angriffe, den konnte ich gefühlt einfach sowas von beschissen ausweichen dass ich one also ich war bei manchen einfach one hit. Sagen wir wie es ist. Bei den Schlagangriffen die konnte man ganz gut dodgen, aber zum Beispiel bei dieser Explosion war ich one hit. Ja eigentlich bei allen magischen Angriffen war ich one hit. Und mein Problem war auch wenn ich einmal ausgewichen bin einem Schlag dann hat mich meistens der zweite dann getroffen es war einfach es war frustrierend aber egal nach um bei acht versuchen ist sie dann doch gestorben in Ende Fekt das allergrößte Problem war eigentlich wenn wir uns geheilt haben mit den Estus ich weiß nicht ob ich einfach zu verwöhnt war jetzt von Dark Souls 3 aber wenn man sich in Dark Souls 2 mit dem Estus heilt bleibt man einfach stehen man bleibt stehen und trinkt genüsslich diesen Estus und das war eigentlich so bei den meisten Bossen der Sterbegrund Nummer 1 ich meine es ist schon geil wenn man sagt okay ich heile mich und das ist eigentlich so der ausschlaggebende Punkt warum man die meisten Leben verliert deshalb Lebenssteine in Dark Souls 2 überlebenswichtig eigentlich müsste man mal so einen Challenge Run machen Dark Souls 2 ohne Lebenssteine ich glaube das wäre schwieriger als nur auf Level 1 durchzuspielen mich würde mal interessieren welcher Boss euch eigentlich wenn ihr schon Dark Souls 2 gespielt hat am meisten Probleme bereitet hat und vielleicht auch warum das würde mich mal interessieren mit sch mit sch sch an sch mit dem also an manchen Stellen hatte ich echt mehr Glück als Verstand merke ich gerade im Kampf fällt einem das manchmal nicht so auf so da haben wir sie endlich gelegt die Unheilskönigin natürlich kriegen wir jetzt auch schön auf den Sack wieder von den Leuten die wir vorher nicht besiegt haben die Wächter aber egal wir rennen einmal kurz raus und ich zeige euch dass wir auf Level 1 gewonnen haben danach geht es hier schon zum Eisenschloss schön Leuchtfeuer aktivieren dann die große Tür öffnen den Schloss hinein und jo da hat es angefangen diese wundervolle Invaderin wir kaufen uns erstmal Kohleartiges Harz für Feuerverstärkung der rechten Waffe und nochmal ein Duftzweig damit wir insgesamt auf ich weiß nicht ich glaube auch 10.000 Seelen kommen und von dem haben wir dann nochmal ich glaube hier den von dem haben wir dann nochmal den goldenen Schlangenring plus 1 gekriegt dadurch ist dann die Drop Rate von Items erhöht bei Gegnern dann haben wir hier unsere Pyromantin befreit von ihrem jahrelangen Schlaf die Tür geöffnet das nächste Leuchtfeuer aktiviert in den Schattenwald gerannt den Kopf ohne Körper angesprochen in seinem Helm geklaut jetzt haben wir uns einen der wichtigsten Ringe dann geholt gehabt und zwar hier haben wir uns dann den den Chloranty Ring plus 1 geholt dann schön die Waffen mit Feuer verstärkt und ab in den nächsten Bossfight eigentlich eine relativ einfache Fight gewesen eigentlich und zwar immer wenn sie ihre immer wenn sie ihre beiden Hübskorpion stacheln in den Boden vor sich gepikst hat konnten wir dann einmal angreifen allerdings hat das mit der Heilung nicht so richtig hingehauen beim ersten Mal so schön Feuer auf die Waffe ja Magie war irgendwie in dem Run tödlich also bei ihrer Magie waren wir eigentlich ja wir waren so gut wie One Head wenn das uns getroffen hat also wenn alle einmal die komplette Magie uns getroffen hat waren wir ja wir waren verloren deshalb immer schön Abstand halten abwarten dass sie ihre Giftstacheln auf dem Boden haut und nur dann angreifen natürlich ist ihr menschlicher Körper ein bisschen anfälliger gewesen für Schaden das ist in Dark Souls 1 bei Quelana glaube ich hieß sie genauso gewesen da war ja auch der menschliche Körper anfälliger für Schaden als der Spinnenkörper so und hier mussten wir auch erstmal sag ich mal die die Skorpion stacheln kaputt hauen die ein bisschen weniger Schaden genommen haben aber die konnte man abtrennen wenn die dann abgetrennt waren dann konnte man auch ihren Körper angreifen wenn sie sich eingegraben hatten natürlich direkt hier zum Safe Point rennen weil ansonsten macht sie nämlich eine recht unangenehme Attack von unten und hier hatte man dann kurz einmal die Chance auf ihren menschlichen Körper zu hauen jetzt natürlich ein bisschen weniger Schaden gemacht weil wir kein Feuer mehr auf der Waffe drauf hatten so schön einmal ausweichen oder auf jeden Fall versuchen auszuweichen ja manchmal kann man halt auch nur einmal drauf hauen manchmal ist das halt so die Zeit nutzen wie sie unten ist schön wieder ein bisschen Feuer auf die Waffe drauf machen damit wir mehr Schaden machen so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 er ist richtig schön auf magie gegangen mit der peule die immer noch von anfang an genau gleich verbessert war ich habe da nicht noch mal ein bisschen mehr verbessert haben wir eigentlich immer noch sehr gut sehr sehr guten schaden gemacht fand ich ja und man sieht wenn ein attacke von ihm trifft wir fast one hit das war der erste invasor und danach haben wir eigentlich auch direkt schon die zweite machen müssen die hat mich ehrlich gesagt schon ein bisschen mehr abgefuckt habe ich ein zwei drei schweiß mehr gebraucht weil sie einfach zwei waffen zur verfügung hat die sehr sehr nervig sind und das war dann wirklich immer ein zwei drei hits rein schnell wieder auf abstand gehen heilen weil der erste hit war meistens von ihr auch mit ein treffer und ja dann denselben scheiß noch mal rein 123 hits schnell wieder raus und das so lange bis hier das zeit das zeitliche segnet ich hätte es auch erst mit dem gegen versuch bei ihr aber der gegen hat sie hat nicht das das konnte man nur das konnte man nur mit der anderen waffen machen die staggern weil sonst war sie halt einfach wirklich unschaffbar gut wir haben den großen ritter hier gemacht um an den lebensring zu kommen dann natürlich einmal schön das feuer ausgemacht den ofen einmal ausgemacht treppe hoch tür auf farons wahrheitsverkünder rein schieben dann einmal schön sterben und dann den selben scheiß noch mal tür auf versteckter durchgang aktivieren und sterben und beim dritten mal dann endlich die leiter hoch und schauen sie beim nächsten bahnfeier als nächstes haben wir so ein paar leute ja was soll ich sagen lebendig gekocht danach wurden wir richtig schön von diesem samorei kämpfer überrascht hätten ihn auch gekillt gehabt wäre die wand nicht auf seiner seite gewesen aber im zweiten mal natürlich direkt durch nächste bonfire aktiviert dann einmal die ganzen feuerfallen deaktiviert sind wir hier zurückgegangen zu den feuerechsen da unten weil hier gibt es einen ganz besonderen schlüssel und zwar den schlüssel ins erste dlc weil als ich nämlich gesehen hatte dass die dass der helm von dem nerd plus geschicklichkeit gibt habe ich nämlich auch gesehen dass es auch ein geschicklichkeitsring gibt aber den gibt es nur im ersten dlc also haben uns natürlich da dann den schlüssel gegönnt und ja danach ging es direkt zum nächsten boss fight gegen den alten eisenkönig eigentlich eine ganz einfache äh sache immer hinter den safe spot hier dann lassen wir ihn seine angriffen machen und püksen ihn einfach zur schule wieder schön hinter den safe spot also wirklich ein sehr 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 einfacher fight hier bin ich einmal gestorben aber es lag daran weil ich hier nicht auf die arena geachtet habe und beim nach hinten gehen einfach abgerutscht bin ansonsten ansonsten too easy immer wenn er abgetaucht hat immer wenn er abgetaucht ist müssten wir einmal da hingehen weil wenn er abtaucht da wo man danach ist sag ich mal taucht er auch wieder auf das heißt wären wir beim safe spot stehen geblieben wäre er dann beim safe spot auch aufgetaucht das wäre ein bisschen blöd gewesen deshalb dann immer halt in die andere ecke rennen dann taucht er halt da wieder auf und unser safe spot bleibt uns auch erhalten auch alles auf der wöhr 1 schön große seele genascht geiler scheiß so dann geht's ab ins dlc ins erste aber nur ganz kurz wunderschön also wirklich geiles dlc kann ich jedem nur empfehlen der es noch nicht gespielt hat ja und hier relativ am anfang ring der geschicklichkeit dann erstmal schön zurück nach majula die leitern kaufen damit wir hier runter kommen so ein bisschen parkour und eine prise glück dazu eine sehr große prise glück dazu und hier einmal runter rollen da sind so blöde viecher die einen anspringen und explodieren die kann man schön mit dem bogen machen und ja hier geht's in ein wundervolles traumhaftes gebiet was glaube ich jeder liebt und zwar das loch ein traum von einem gebiet man sieht wenig wird von fast allem vergiftet ein sehr schönes gebiet ich bin öfter mal gestorben bin ich ehrlich aber meistens weil ich runtergefallen bin hier seht ihr mal so ein paar tode ja die waren einfach blöd die waren einfach wirklich blöd aber nichtsdestotrotz habe ich es irgendwann ja doch geschafft erstmal schön die riesige Keule holen dann schön durch Acid die ganze Auslösung kaputt machen dann in die schwarze Schlucht erste Leuchtfeuer aktivieren mit dem Duftzweig dann das versteckte Leuchtfeuer freischalten und auch aktivieren ja und dann wird man invaded von zwei lustigen Typen einmal von ihm hier Waldkind Victor und dann einmal Waldkind Gali den einen kann man so ein bisschen schießen ja der andere kommt relativ schnell ja was soll ich sagen dann haben wir The Rotten gemacht eigentlich ein sehr einfacher Boss würde ich behaupten er hat nur einen Angriff der wirklich extrem abfuckt und zwar das ist diese ja die Wucht sag ich mal also wo er sich auflädt und einmal so eine so eine Schockwelle aus seinem Körper rauskommen lässt aber auf Level 1 sieht das Ganze nochmal anders aus also wirklich jeder Angriff wenn er mich straight gekriegt also getroffen hat hat mich getötet jeder einzelne wenn die Angriffe mich nicht ganz getroffen haben äh wurde ich nicht sofort getötet aber ich war so also 90% der Leben waren auf jeden Fall weg bin trotzdem echt guten Schaden gemacht mit dem mit dem Degen vor allem ich hatte da jetzt dann auch Magie drauf gemacht das war ganz cool ja da sieht man das ich war eigentlich relativ weit weg trotzdem gekillt gut dann ist natürlich die Hitbox auch noch richtig geil das sieht man dann einmal hier wir waren 100% haben wir es geschafft den Angriff zu dodgen ich meine ihr könnt mir ja gerne mal schreiben wenn ihr glaubt dass wir ihn nicht gedodged haben aber optisch haben wir ihn 100% gedodged und dann äh spawnen wir einfach so gesehen in seiner Hand wundervoll na gut aber nichtsdestotrotz dritter Versuch ne warte mal ich glaub 5 Versuche hab ich für ihn gebraucht gehabt 5. Versuch war das dann ähm ja da waren dann die Shitboxen nicht mehr so aktiv sag ich mal wir hatten Glück dass da keine Shitbox war also Rapid Attack hat er auch nicht gemacht gehabt eigentlich nur die einfachen Angriffe von ihm bisschen herumgekotzt bisschen geschlagen easy das Ganze natürlich auch auf Null 1 und ich glaube das war auch die erste große Seele die wir jetzt bekommen haben gut auf jeden Fall haben wir dann hier das erste Uhr das erste Uhr Leuchtfeuer entzünden können ja dann würde ich mal sagen hier machen wir einen Cut für den ersten Teil äh wenn der zweite Teil hochgeladen ist dann werde ich ihn hier unten links verlinken dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da kommentiert fleißig und wir sehen uns im nächsten Video haut rein